Musik 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 Herr Gleich hat Benek Duda deutlich mit 3-0 Gewonnen Musik 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 Eröffnet nichts Unrecht jetzt hier Musik Also jetzt sehr wichtig ist für Duda sich jetzt vielleicht noch mal mit 3-4 Bällen nochmal Selbstvertrauen zu erspielen Das Spiel Neu zu Beginn Musik 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 Hinten noch an der Tischkante von Assa Anka Musik 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 Ich beziehe mich hier auf die Spielstatistik von dem Live-Sticker der TTWL. Beide Spieler haben 47,06 Prozent beim eigenen Aufschlag. Und wo du da jetzt gerade steht, dahin nämlich, weil wir sehen es hier. Und wird dann auch belohnt. Trotzdem wichtig. Um Gefühl bzw. Seinheitshalber haben wir es jetzt thematisiert. Wir sind aber im vierten Satz. Es steht 0-0. Auch gleich Bestätigung, indem zweimal die Vor- und nur so einknallen. Das ist der Schlüssel. Mal schauen. Und Dura wird belohnt. Mit Blickrichtung zur Kamera. Das muss man einfach hochgradig. Das muss man einfach hochgradig. flippen und ziehen. Umar Assa, der jetzt das nächste Mal... Umar Assa. Umar Assa. Und der erste. Und auch mit Netz-View da drin. Das war noch das erste Mal. Und der erste Mal. Und der erste Mal. Und erinnern.